haben sie eine lichtdusche zu hause und wozu ist die nützlich lichtdusche ist ein kleines gerät das normalerweise auf einem nachtkästchen oder auch bürotisch gestellt werden kann verwendung von einer lichtdusche macht sind vor allem im herbst und winter wenn die tage dunkler werden wenn sie es aber schaffen jeden tag vor 16 uhr mindestens eine stunde draußen zu verbringen dann brauchen sie keine lichtdusche merken sie jedoch dass sie im winter regelmäßig etwas mehr müde sind als sonst und weniger energie haben dafür aber mehr schlafen müssen dann ist die lichtdusche eine gute lösung für sie eine lichtdusche ist nur dann effektiv wenn sie eine stärke zwischen 3000 und 10.000 lux hat falls sie jedoch augenprobleme haben oder an bestimmten krankheiten leiden die sich unter licht verschlechten könnten so sollen sie bitte zuerst mal ihren hausarzt fragen ob sie das verwenden dürfen sie können auch gerne zu einer fachärztlichen untersuchung bei augenärzten gehen den besten effekt erreichen sie wenn sie die lichtdusche am nachtkästchen stellen und sie unmittelbar nach dem erwachen einschalten hier gilt die regel je früher desto besser es ist auch wichtig nicht direkt in die lichtdusche zu schauen sondern so das licht seitlich in die augen kommen kann die lichtdusche befindet sich auf einem abstand von 60 cm vor ihnen und so insgesamt 30 bis 45 minuten eingeschaltet bleiben während sie vor der lampe sitzen können sie eine tasse tee kaffee genießen oder etwas lesen